Ah, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Ich bin der Archäologe Sargo. Hast du auch etwas in diesem Tempel zu erledigen? Ich würde dir davon abraten, ihn zu betreten. Dort wohnt ein absonderliches Monster. Perfekt, ich will es kopieren. Ich wollte den Tempel erkunden und hatte kaum den Eingang betreten, als ich direkt neben mir eine Stimme hörte, obwohl dort niemand war. Da müssen wir rein. Hallo, Spügelmeer. Ja, genau so klang es. Gruselig, oder nicht? Hinter dieser scheinbar freundlichen Einladung steckt doch ganz bestimmt ein Monster. Ach, ich wünschte, es würde sich einen anderen Ort zum Spielen suchen, damit ich endlich meine Erkundung antreten kann. Komm, klatsch das Teil. Jawohl. Super Wurf. Out. Suck it, dude. Out. Suck it, dude. War das falsch? War das falsch? Oh, oh. Oh. Moment. Kann ich da aber nicht bescheißen? Geht doch. Ich will schon gut aus Luckliga. Wir brauchen diese Teile. Oh. ρχ. Aber ich glaube kein Ding hat er immer universo. Wir brauchen immer noch�ben bis zur Zeit sowieso eine Holm altro. Egal werden wir, sollte einen buen sine Generator zurückkommen. Perfekt Du Armi Sau Gbeinare wär ich die Armi Sau gewesen Ich hab mir kein Leben abgezogen Du Armi Sau Da fängt man gleich. Oh, fuck. Was bist denn du? Willkommen in meiner Bescheid in den Übungen. Hier kommt nie jemand vorbei. Deshalb langweile ich mich zu Tode. Ich hatte viel Zeit zu trainieren. Jetzt bin ich recht flink. Was meinst du? Wo kommst du mit? Okay. Da muss ich wohl sämtliche Register ziehen. So kann kein Angriff mir etwas anhaben. Oh, okay. Okay. Autsch! Das war's für heute. Ähm. Hallo? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bräuchte da jetzt echt einen Tipp. Das war's für heute. Ich komm halt auch nicht mehr raus, ne? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach Gott, wieso immer. Ich brauch gar nicht die... Pust die Blumen. Das war's für heute. 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 Oh, wie bitte. Das war's für heute. 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 Was steht die Lage? Du magst dich schon. Wie viele sinds du noch? Oh Gott. Und da noch zwei. Ich geh mal rein. Au. Der spinnt wohl. Butter. 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 Oh no. Endlich. Butter. 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 Ich weiß halt echt nicht, dass ich das jetzt machen soll. Hier sieht halt alles interessant aus. Stempel. Den hätte ich jetzt schon gerne. So viele Frösche. Boah, da brauchen wir noch einen. Dann haben wir die Profi-Karte. Sind wir denn hier? Oh Gott, ich müsste eigentlich hier lang. Okay, dann nehmen wir den einfachen weg. Zaymus. Checkpoint. Ah, da sind wir jetzt da unten. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch schnell rein. Bin unterwegs. Okay, ich gehe jetzt noch schnell hier hin. Damit wir wissen, wo wir das nächste Mal weiter machen. Denn wir speichern hier. Doch. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit einem kleinen Röntchen Zelda Ecosophistim. Und bis dahin, macht's es gut. Ciao. Ciao.